Was sind die alten Veden und die vedischen Schriften? Welche Art der Schrift hatten unsere Vorfahren? Unsere Ahnen verfügen über einen kolossalen Erfahrungsschatz und zwar nicht nur auf diesem Planeten, sondern aus dem ganzen Weltraum. Und all dieses Wissen, all diese Erfahrung haben sie an uns in schriftlicher Form weitergegeben. Diese Bücher werden Veden genannt. Das Wort Veda ist abgeleitet vom Wort Vedat, was Wissen bedeutet. Sie haben all ihr Wissen und ihre Erfahrung in schriftlicher Form an uns weitergegeben, weil sie wussten, in welcher Lage wir uns heute befinden würden. Denn aktuell in der Nacht des Swaroks oder, wenn man den indischen Ausdruck dafür verwendet, in der Kali-Yuga, also im dunklen Zeitalter, ist bei den meisten Menschen nur die Hirnrinde und einige andere Zentren des Gehirns aktiv. Und der Hauptteil des Gehirns befindet sich einfach im Schlafzustand. Bei unseren Ahnen dagegen arbeitete das gesamte Gehirn zu 100%. Und zusätzlich war auch das Rückenmark aktiv und die Sinne, mit welchen man diese Welt erfährt, waren ebenfalls besser ausgeprägt. Das heißt, unsere Vorfahren waren unermesslich klüger, fortgeschrittener und evolutionsmäßig wesentlich entwickelter als wir. Und weil sie wussten, dass die Nacht des Swaroks oder die Kali-Yuga kommen wird und wir uns im schläfrigen Zustand befinden würden, haben sie an uns all ihre Gebote und Gesetze in schriftlicher Form weitergegeben. Und diese Bücher werden als Veden bezeichnet, abgeleitet vom Wort Vedat, was Wissen bedeutet, Wissen, welches sich in der Praxis bewährt hat. Das russische Wort Pravidnik, beispielsweise zu Deutsch der Gerechte oder der Rechtschaffende, bezeichnet einen Menschen, der den vedischen Schriften folgt und auf eine rechtschaffende Weise sein Leben aufbaut. Es gibt einmal die ursprünglichen Veden und es gibt aktuelle vedische Schriften. Die Veden sind nicht nur hier auf dem Gebiet des heutigen Russlands bewahrt geblieben, sondern einen Teil der Veden haben die Arya nach Indien gebracht. Das sind ebenfalls unsere Veden. Und neben den alten Veden, also den ursprünglichen Originalschriften, gibt es auch heutige, man kann sagen, modernere Übersetzungen. Diese werden bereits als vedische Schriften bezeichnet. Das heißt, wenn diese Schriften vedische Weisheiten und vedisches Wissen enthalten, dann gehört diese moderne Literatur ebenfalls zu den vedischen Schriften. Die wesentlich älteren Veden werden im Volksmund als Taubenbücher bezeichnet. Richtigerweise ist es jedoch sinnvoller, diese als Tiefenbücher zu bezeichnen. Auf welche Weise wurden diese Bücher angefertigt? Man hat dazu die Haut eines zweijährigen Folens verwendet. Das Fohlen wurde nicht einfach getötet, sondern auf eine besondere Art geopfert, um seine Evolution zu beschleunigen, damit es sofort aus dem Tierreich in das menschliche Reich übergehen konnte. Aus seiner Haut wurden Blätter mit einer bestimmten Größe herausgeschnitten. Und jedes Blatt wurde zu dünnem Leder auf besondere Weise verarbeitet. Die Außenseite wurde mit einer Lösung aus Porzellan oder Keramik beschichtet und anschließend wurden diese Blätter zu einem bestimmten Zeitpunkt unter das Licht der Sonne oder des Mondes oder anderer bestimmter kosmischer Gebiete ausgestellt, um sie mit einer bestimmten Art der Energie aufzuladen. Wenn man sich die Innenseite der Haut anschaut, dann stellt man fest, dass sie aus ganz feinen Zotten besteht. Wenn man die Oberfläche dieser Zotten auf eine flache Ebene umlegen würde, dann käme eine wesentlich größere Fläche heraus als das Hautblatt, auf dem sich diese Zotten befinden. Und deswegen konnte man damit einen hinreichend großen Energiestrom einfangen und in diesem Blatt speichern. Danach wurden die Blätter mittels Holzklammern zu einem dicken Buch zusammengebunden. Die Bindung bestand also aus Holz und der Umschlag und die Riemen bestanden aus Leder. Es wurde kein Metall verwendet, um den energetischen Zustand nicht zu verzerren. Der Text wurde in dieses Buch mit der Feder eines Auerhuhns oder mit der Feder einer Gans hineingeschrieben. Die Tinte wurde aus Zinnnober und Fichtenharz auf Alkoholbasis hergestellt und diese Tinte hatte eine rote Farbe. In dieses Buch durfte nur ein Mensch hineinschreiben, der über bestimmte Fähigkeiten verfügte. Denn bis heute ist beispielsweise bei den Kosaken der zweitwichtigste Mann nach dem Anführer der Schriftgelehrte. Das ist noch eine alte Tradition, denn der Schriftgelehrte war ein Vedun, der sich in den Veden auskannte. Und er hat die Zeichen in dieses Buch nicht einfach nur hineingemalt, sondern es war eine bildhafte Schrift. Es war eine Art bildhafte Volumenschrift. Man kann das ungefähr mit heutigen stereoskopischen Abbildungen oder stereoskopischen Büchern oder Plakaten vergleichen. Die Darstellung auf diesen Bildern ist so berechnet, dass bei der Betrachtung dieser Bilder der Mensch eine dreidimensionale Abbildung wahrnimmt. Das dargestellte Objekt hat für den Betrachter also ein Volumen. Und diese tiefen Bücher wurden also auf so eine Weise aufgeschrieben, dass jedes Zeichen ein Volumen oder, anders gesagt, eine dreidimensionale Darstellung hatte, wenn der Betrachter seinen Blick defokussierte. Der Schriftgelehrte oder Vedun, der dieses Buch mit Inhalt gefüllt hatte, hat jedes Zeichen also auf so eine Weise hineingeschrieben, dass man es in volumenartiger, dreidimensionaler Form betrachten konnte. Das wurde als bildhafte Schrift bezeichnet. Das heißt, jedes Zeichen dieser Schriftart enthielt sehr viele Informationen. Wir wissen heute, dass es die phonetische Schrift, die Silbenschrift und die Hieroglyphenschrift gibt. Und die Schriftart, die für die tiefen Bücher verwendet wurde, kann man am nächsten mit der Hieroglyphenschrift vergleichen. Das heißt, es war eine Art Bildnis, ein ganzes philosophisches, weltanschauliches Konzept, in einem einzigen Zeichen enthalten. Und ein Mensch, der so eine Schrift beherrschte, das war ein weltanschaulich gebildeter und persönlichkeitsmäßig reifer Mensch. Bei der heutigen phonetischen Schrift ist es so, dass, wenn der Mensch diese Schrift oder die Schriftzeichen kennt, weiß er dennoch nicht ihre tiefe Bedeutung. Er ist weltanschaulich dafür einfach nicht vorbereitet. Obwohl bei uns in Russland wurde vor der Revolution in den Schulen die bildhafte Bedeutung der Schriftzeichen noch gelehrt. Zwar wesentlich eingeschränkter als früher, aber immerhin wurde noch gelehrt, dass hinter jedem Buchstaben ein bestimmtes Bildnis oder ein weltanschauliches Konzept steht. Heute dagegen ist das alles aus dem Bildungsprogramm der Schulen komplett entfernt worden. Aber wie gesagt, ursprünglich hatten wir eine Schriftart, wo hinter jedem Zeichen ein bestimmtes Bildnis stand. Das war eine volumenartige Schriftart, die viele Informationen enthielt und wo hinter jedem Zeichen ein ganzes weltanschauliches Konzept stehen konnte. Und jedes Zeichen, welches der Schriftgelehrte oder der Vedun hineinzeichnete, hatte nicht nur ein Bildnis, sondern der Schriftgelehrte verfügte noch über die Fähigkeit, dieses weltanschauliche Konzept, welches hinter so einem Zeichen stand, auch noch in erklärenden Bildern zum besseren Verständnis, in dieses Zeichen hinein zu visualisieren. Das heißt, der Schriftgelehrte hatte seine Gedankenbildnisse in dieses Zeichen mit hineingepackt. Und wenn ein Mensch in diesem Buch den Text gelesen hatte, dann sah er nicht nur die volumenhaften Schriftzeichen, sondern es kamen eine Art Hologramme aus diesem Text, die der Mensch in seinem Geist sehen konnte. Es war wie eine Art mentaler 3D-Film. Das Lesen dieses Textes wurde also von einem Bild, welches man mental wahrnehmen konnte, begleitet. Und weil die Rückseite der Buchblätter mit einer isolierenden Schicht bedeckt war, konnte der energetische Zustand und der Informationsgehalt nicht von einem Blatt auf das nächste übergehen. Das heißt, die Gedankenbildnisse des Schriftgelehrten konnten nicht auf die nächste Seite übergehen und blieben auf der Buchseite, in die sie von ihm hineinkodiert wurden. Es war verboten, die Blätter dieses Buchs mit bloßen Händen anzufassen. Die Buchseiten wurden mit speziellen dünnen Holzbrettchen umgeblättert. Die Holzbrettchen wurden unter eine Buchseite hineingeschoben und die Seite wurde umgeblättert, um die Form dieser Seite zu erhalten. Das sind also die sogenannten Taubenbücher oder in Wirklichkeit die Tiefenbücher. Denn diese Bücher waren auf eine tiefe, sehr informationshaltige Weise geschrieben. Aber unsere ursprüngliche Schriftart basierte auf der Knotenschrift. Das ist heute bereits bekannt. In der russischen Sprache sind bis heute sehr viele Spuren davon erhalten geblieben. Beispielsweise gibt es solche Redewendungen oder Ausdrücke, einen Knoten zur Erinnerung binden oder Handlungsauflösung, Handlung binden, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte, verflochtene Handlung, verflochtene Gedanken, Gedankenfaden und so weiter. Es gibt zu der Knotenschrift und zu der bildhaften Schrift viele Beispiele. Und wenn man die Knotenschrift auf eine Fläche, also in Buchform, übertragen möchte, dann kann man das in Form solcher Tiefenbücher machen, wo die Knoten in bildhaften Zeichen in die Buchseiten hineingeschrieben werden. So, eine Schrift wird als bildhafte Schrift oder als figurative Schrift bezeichnet. Später wurde diese Schriftart vereinfacht und in flache, also in zweidimensionale Darstellungsweise aufgeschrieben. Das nannte man Runen, Karunen, Linien und Schnitzereien. Das sind wesentliche Vereinfachungen der ursprünglichen bildhaften Schriftart. Das heißt, auch innerhalb eines Volkes haben unterschiedliche Gruppen, welche sich auf einer bestimmten Entwicklungsebene und auf einer bestimmten Bewusstseinsebene befanden, wurden notwendigerweise jeweils verschiedene Schriftarten verwendet. Die Geistlichen hatten eine Schriftart verwendet, die Krieger hatten eine andere Schriftart, die Kaufleute und die Handwerker hatten ebenfalls ihre eigene Schriftart verwendet. Das heißt, je nach Bedarf wurden primitivere Schriftarten verwendet. Aber die ursprüngliche Schriftart ist die bildhafte Schrift. Diese Schriftart ist zum Teil noch in der Sanskrit-Sprache bewahrt geblieben. Sanskrit ist eigentlich eine entstellte Version der russischen Sprache. Dort haben etwa 30% der Wörter die gleiche Wortwurzeln wie in der russischen Sprache. Und sie werden noch auf die alte Weise geschrieben. Das heißt, es wird eine Linie gezogen und an diese Linie werden die Buchstaben wie kleine Knoten drangebunden. Das ist zwar eine wesentlich einfachere Form der ursprünglichen Schriftart, aber sie ist immerhin noch bewahrt geblieben. Unsere Ahnen haben diese alten Bücher nicht nur auf dem Territorium des heutigen Russlands für uns hinterlassen, sondern auch in anderen Gebieten. Heute wissen wir bereits von der Erscheinung solcher Bücher wie den slavisch-arischen Veden. Das Buch von Veles, das ist eines der bekanntesten solcher Bücher. Und es tauchen auch weitere Bücher auf und werden veröffentlicht. Diese Bücher sind die Übersetzungen der alten, tiefen Bücher. Auf dem Territorium des heutigen Indiens sind sehr viele Bücher erhalten geblieben. Wir wissen, dass in Indien die Mahabharata und die Ramayana aufgeschrieben wurden. Und sie beschreiben die Ereignisse, die eigentlich im Zentrum des heutigen Russlands stattgefunden haben. Das ist das Gebiet um den Fluss Volgach herum. Dort fanden die Ereignisse aus der Mahabharata statt. Erst nach diesen Ereignissen haben unsere Vorfahren zu Ehren unserer Seen und Flüsse die Flüsse und Städte in Indien benannt. Aber in Wirklichkeit haben all diese Ereignisse hier bei uns stattgefunden. Wir wissen, dass in Indien die Rikveda, die Yajurveda, die Adharvaveda, die Samaveda, die Vedanta Sutra und viele andere Schriften verfasst und bis in die heutige Zeit aufbewahrt wurden. Aber eigentlich gehört das alles zum Erbe unserer Ahnen. Die Veden wurden aber nicht nur auf Leder geschrieben, sondern sie wurden auch auf Platin, auf Gold und auch auf Silberplatten aufgeschrieben oder besser gesagt eingestanzt. Die eingestanzten Buchstaben wurden ebenfalls mit Zinnnobar gefüllt und mit Holzklammern zu ganzen Büchern zusammengebunden. Oder einige Platten wurden als einzelne Blätter aufbewahrt. Es gab also verschiedene Formen dieser ursprünglichen Veden, der sogenannten Pra-Veden. Das alles ist in dieser Form bewahrt geblieben. Natürlich wurde ein Teil der Veden vernichtet, aber sehr vieles ist immer noch bis in die heutige Zeit erhalten geblieben. Und diese Schriften enthalten den gesamten Erfahrungsschatz unserer Ahnen. Es gibt eine Redewendung. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, der hat keine Zukunft. Deswegen ist es für uns dringend notwendig, die Erfahrung unserer Ahnen zu nutzen. Denn genau dafür haben sie für uns die Veden hinterlassen. Sowohl die ursprünglichen alten Veden als auch die heutigen vedischen Schriften. Sie alle enthalten die an uns vererbte Erfahrung unserer Ahnen. Und deswegen ist es notwendig, in erster Linie die Veden zu studieren und erst dann, wenn dafür noch Zeit übrig bleibt, kann man sich auch noch mit anderer Literatur beschäftigen, die bereits nur kleine Wissenskörner aus den ursprünglichen Veden enthält. Deswegen ist es notwendig, seine gesamte Energie und seine Zeit zuerst auf das Studium der ursprünglichen Veden zu richten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.